Um Verflechtungen ganz anderer Art geht es auch beim folgenden Thema. Es ist nämlich schon wieder etwas passiert und es hat wieder mit veröffentlichten Chats zu tun. Im Zentrum steht diesmal eine Unterhaltung zwischen Thomas Schmid und Gernot Blümel aus dem Jahr 2016. Auch der Bundeskanzler Sebastian Kurz ist dabei Thema und das könnte für ihn zum Problem werden. Eine Chat-Unterhaltung aus dem Jahr 2016 beschäftigt nun die Korruptionsstaatsanwaltschaft. Die Teilnehmer Sebastian Kurz, damals Außenminister, Gernot Blümel, frisch gekürter Wiener ÖVP-Obmann und Thomas Schmid, Generalsekretär und Kabinettchef im Finanzministerium unter Hans-Jörg Schelling. Die Unterhaltung spielt rund um die Erstellung des Budgets für die nächsten Jahre. Du hast eine Budgetsteigerung von über 30 Prozent. Das haben wir nur für dich gemacht. Über 160 Millionen mehr und wird voll aufschlagen. Du schuldest mir was. Für die Staatsanwaltschaft ist vor allem der Satz, du schuldest mir was von Interesse. Dies könnte, so formuliert sie im Konjunktiv, ein Baustein für die spätere Bestellung von Schmid zum Chef der verstaatlichten Holding Übag sein. Für die ÖVP ist das eine Verschwörungstheorie. Bei der Budgeterstellung handelt es sich um einen Standardvorgang. Tatsächlich ist das Budget des Außenamtes damals um 29 Prozent erhöht worden. Interessant auch, wie damals über den amtierenden ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner gesprochen wurde. Schmid teilt die Budgeterhöhung auch Blümel mit und schreibt, Mitterlehner wird flippen. Worauf Blümel antwortet, Mitterlehner spielt keine Rolle mehr. Ein Jahr später, 2017, wurde Kurz-Parteiobmann, weiterauf Kanzler und Blümel-Minister. Und 2019 wurde Schmid Ubag-Vorstand. Nummer 20 Prozent. Läume Metallicksale Kein bel